Nachdem der Bitcoin vor einigen Monaten im Dezember noch die 20.000-Dollar-Marke knackte, sieht es mittlerweile nicht mehr ganz so gut aus. Investoren sind verängstigt und bangen um ihr nicht mehr ganz so wertvolles Kryptogeld. In der letzten Zeit müssen die digitalen Währungen nämlich viel aushalten. Der Bitcoin steht nicht mehr alleine da, doch ist mit Abstand das wertvollste und bekannteste Internetgeld. Es kommt nämlich zu vielen Kontrollen, auch von Verbot der Bitcoins ist in vielen Teilen der Welt die Rede. Zum jetzigen Zeitpunkt ist der Bitcoin nur noch knapp 7.000 Euro wert, doch Tendenz wieder steigend. Experten warnen vor unüberlegten, spontanen Verkäufen, das Blockchain-System soll auch noch in Zukunft relevant sein.